Gegen Energieknappheit und Klimawandel für Polyamorbeziehungen, der Universal Pocket Shower, UPS. Wie gut, dass sie auf uns Acht geben, unsere Politiker. Nicht, dass sie die Mehrheit der Wahlberechtigten oder gar des Volkes hinter sich hätten. Gott bewahre. Aber sie wissen genau, was gut für sie ist. Sie reagieren nicht nur extrem gut, sie sind auch unsere Erziehungsberechtigten. Gott sei Dank. Ohne Robert Habeck wüsste ich nicht, dass man drei Minuten lang duschen kann. Vom Ministerpräsident Kretschmann erfahre ich erst jetzt, dass der Waschlappen ein Reinigungsgerät ist. Bisher hatte ich geglaubt, das Wort Waschlappen sei ein Synonym für die kurpfälzischen große Worte Hornebombel und Labbedudel. Wie immer auch, wenn es um Wasser, Energie sparen und den Klimawandel geht, ist noch Luft nach oben. Und unsere Polyzyniker zählen auf uns. Nur wenn wir alle mitmachen, gemeinsam, zusammen, miteinander, können sie die vielen großen Probleme schaffen, auf die wir ohne sie verzichten müssten. Deshalb habe auch ich mir den Kopf verbrochen und eine Erfindung gemacht, mit der wir die Menschheit retten können und Deutschland wieder an die technologische Weltspitze führen. Meine Universal-Ganzkörper-Taschendusche, The Universal Pocket Shower, UPS. Leider kann ich im Podcast Ihnen meine Anlage nicht zeigen. Ich schlage Ihnen also vor, gehen Sie in der Schwöbelblock am Samstag vom 10. September 2022. Dort finden Sie die Anlage und die notwendigen Gebrauchsanweisungen. Der Wasser- und Energieverbrauch meiner Erfindung tendiert gegen Null. Auch im Dunkeln, voll bekleidet und unterwegs können Sie duschen. Damit erhöhen Sie Ihre Mobilität und Ihre Vergemeinschaftungskompetenz. Probieren Sie es einfach mal aus und laden Ihre Mitreisenden in der Straßenbahn, im Zug, im Flugzeug, an der Autobahnraststätte oder beim Gassigehen zum gemeinsamen Duschen ein. Sie werden unvergessliche Stunden erleben. Meine Universal-Ganzkörper-Taschendusche biete ich in zwei Größen an. Die Kleine für Zuhause, für Singles und für die Kleinfamilie. Die Große für unterwegs, für Polygame bzw. Polyamore-Beziehungen und für Clans. So schlagen wir alle Fliegen mit einer Flasche. Ein großer Wurf oder The Giant Leap, wie wir Deutschen sagen. Der Schwöbelblog am Samstag, 10. September 2022.